hallo zusammen und zurück ich wollte ja eigentlich schon beim letzten mal schweinchen holen gehen das machen wir jetzt ein bisschen länger gedauert hier mit umbauen vorbereiten und jetzt geben uns aber mal schweinchen jetzt mal ein heilungsschweinchen haben wir haben wohl mal spino 72 du bist aber nicht lange leben mit 72 durch die gegend anders macht nix hier suchen schweinchen schweinchen haben wir oft da oben beim kalten also mal umgucken wir müssen unseren bruce heilen das geht halt schneller mit den schweinchen drei stücke in einem haufen 18 26 72 die leute wenigstens gleich weg mit der 118 arbeit ein so großes level aber was das ist jetzt erst mal egal eine schweinchen oder das sieht aus der wien schwein das ist ja auch nicht oh quetzel 33 leid das ist ja gleich noch ein quetz der facken shit wenn er 50 den holen wir auch gleich weg jetzt such mal wieder schweinchen finden wir gerne letztens haben wir uns einfach auf den arsch gesetzt hier und schon haben uns die schweine angegriffen und jetzt finden wir keins. Hilfe! Ich such doch nur diese blöd verkackten Schweine. Hilfe! Hilfe! Unglaublich ist das. Ein gehässiges Spiel. Diese Katzen. Das ist ein Schaf. Das ist ein Schaf. Du willst fighten, ne? Dann komm her. Was uns erlaubt. Da ist ein Schweine. Das ist ein Schaf. Das ist die ganze Zeit. gewünscht jetzt kannst du einfach schon aufhören nur weil es nervt der aufwärtswürfe dich jetzt im spiel der frühstück oder mittagessen ja fast abend also hartnäckig ist er schon ja 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 natürlich daneben ja 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 das ging daneben Das ist schon ein Fluchtreflex, oder? Der Treffer. Wieder daneben. Was ist das? Ich gehe mal davon aus, dass der ein Fleischfresser ist. Muss mal kurz reingucken. Das ist doch, weil wir haben ja was dabei. So ist es ja nicht. Was hier? Wir haben den Ovis getötet, haben wir vielleicht etwas bekommen. Das war Eigner. Okay. Gehen wir mal den nächsten holen. Es war ein Männchen da. Ich glaube schon. Verdammt. Ein Gedächtnismännchen. Ich hätte aber gerne ein Weibchen dazu. Es passt. Ganz schön. Viele von den Enkis. Die Enkis. Das ist gut. Ihr habt den Heer und die Coolantiven. Ich denke, man kann das haben. Das ist sehr schön. Die sind ja schon. Die sind ja schon. Die sind ja schon. Die sind nicht. Die sind ja schon. Die sind ja schon. Ich bin nicht. Die sind ja schon. Die sind ja schon. Da bräuchte man halt noch einen weiblichen, aber ich muss unbedingt dann zu meinen Viechern gucken. Gibt's mal, die am Park sind. Hä, wo sind die anderen denn da? Das ist wieder weg. Also die Alu-Sauern, die sind so ekelhaft, da muss ich mir aber ohne welche holen, zwecks den Kibbel. Gibt gerne überall mal noch ein bissel Kibbel dabei. Okay. So, schweinchen bitte. Aber ich bin nicht ohne, nicht? Ja. 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 uhr. Ja. 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 Ich hab die 속 Weg. Es ist gut von Glück reden, dass ich die brauche. Hätte ich dich schon gekillt. Das andere ist wieder weg. Das kotzt mich so an in dem Spiel. Ganz ehrlich. Und die Hitboxen hier. Diese Kacke, das nervt mich genauso. Ich habe eigentlich getroffen, aber die Hitbox von dem Felsen ist halt größer. Das wäre eigentlich ein Treffer gewesen und man hört weder das Ploppen noch ist da unten ein roter Punkt. Ich ging einfach ins leere. Schuss. Das dauert nicht so lange. Da wieder kein Plop. Und der hier ist wieder weg. Ist einfach weg. Er ist einfach weg. Es ist bunt. Ich muss leider in der Nähe bleiben. Jetzt ist das eine blöde Schwein ab. Von der Höhle bleiben. Ach, ist das nervig. Spawnend. Was jetzt nicht so notwendig ist. Nehmen wir noch Hammelfleisch mit. 5000 haben wir da. So. Ist voll. Jetzt ist wieder gut mit Schreiben. Ich weiß, es ist zwar früh morgens, aber... Ich weiß nicht, wie lange der da braucht. Ich hätte ihn gerne hier... Bruce verärzten. Ist dein Ernst? Oh, da ist ein Klai-Fetisch. Ich habe schnell wieder weggebracht. So. So, da hast du wahrscheinlich noch nicht gekürt. Ein hässliches Frauenzimmer bist du. Kicktailhaft. 80. Okay, frisst recht schnell. Ich wollte unbedingt noch mal in die Drachenschlucht. Aber das hätte ich gerne mit dem Bruce gemacht. Ich weiß, ich habe zwei Kopien davon. Aber ich glaube, ich hätte gerne den einen genommen. Oh, den müssen wir erst wieder heilen. Können wir hier heilen. Na gut, machen wir das. Verfresschen, sehr gut. Ich glaube, 90% noch zweimal futtern. Was ist das? Das hört es bei unserem Wassertierchen aus. Koko sitzt da. Sind auch alle da. Wir haben ein 30er Hai. Ein 30er Hai können wir mal auf Wanderschaft schicken. Ja. Sozusagen. Dann werden wir nachher mal mit unserem Basti losziehen. Und noch einen weiteren Taimen. Einen Basilo Taimen. Ist dann auf jeden Fall in der nächsten Folge angedacht. Da ist er ja schon. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Warte, für den habe ich da sogar einen Sattel, oder? Ich glaube schon. Das hat man doch irgendwann mal gefunden. So. Dann brauchen wir den Würfel nämlich nicht. Jetzt hässliches Schwein hierher. Dann brauchen wir jetzt wieder einen Hitching Post. Wenn der eine da nicht in der Nähe ist. Gut klar. Mal, mal jetzt ein paar Erstände, dass wir auch richtig Reserve haben. Bitch. So. Dann mach mal Heilung hier. Allein. Ich weiß nicht, in welchen Intervall die das macht. Wie schnell das dann geht. Ich bin da nicht. Ich bin da nicht. Deine Basti. Aber ich bin da nicht. Ich bin da. Wir haben ein paar Schüsse. Ich bin da. Wir sind da. Was ist denn da so viel Fisch? Aufpassen, kann man keinen Fisch holen Na Doktor Ich seh nix Kannst dich freuen, wie du willst, bist und bleibst hässlich Und hier seh ich irgendwie nix Du musst erst komplett hoch geheilt sein, glaub ich Wird sein Das ist die Zwangsernährt Pack mir wieder an, da verschwindet mal fast in der kompletten Kackkugel Ich glaub die heilt nur wenn die ganz voll ist Ich weiß es nicht, ist ne Vermutung So, Rolle gehts nicht, Rolle Kannst du mal deinen Heilungs- Picholot anmachen Los mach ich wieder 10 Zwischen grünen Kreis und dann Okay Ding ist da überm Kopf Nein, du gehst keinen Level ab Du machst erst Arbeit, du musst dich hier Wohlen wirst Los Ich bin der Baum jetzt wahrscheinlich nicht mehr trinken Los Ah, jetzt gehts los So Lass mal hier Frau Doktor ihre Arbeit machen Als der Bruce soweit ist Werde ich erst, wenn er fertig ist, quasi Los starten Ja, jetzt kriegst du auch deine Belobigung sozusagen In der Zwischenzeit werde ich mal nochmal so ein Do-Level rufen Ich helfe nicht, das guck mal die dann Im Bild Da hab ich nämlich schon mal Dass sie dann guck mal ist Verreckt dann Sie heilt sich immer selber mit Wir machen an der Stelle einen Cut, ich werde noch ein zweites Schweinchen holen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich danke, bis bald.